Willkommen zurück zu Half-Life LX. Zum nächsten Part von 200 oder wie viel es werden. Ich komme mir vor als würde ich das schon ewig spielen. Tue ich wahrscheinlich auch. Ich bin wahrscheinlich einfach nur langsam und schlecht. Aber gut. Umso länger hat man hier natürlich auch Spielspaß. Man kann natürlich auch einen auf Hektik machen und hier schnell durchrennen, aber weiß ich nicht. Ha, jetzt geht auch die Tür auf. Okay. Hallo, jemand da? Das hat beim letzten Mal nicht so gut geklappt, wo ich das gefragt habe. Na komm, weg damit. Hallo. Die Rohre. Und jetzt kann ich mit dem Teil hier runterfahren. Ich nehme mal sicher jetzt selber die Waffe in die Hand, die fast leer ist schon wieder. So, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt und jetzt und jetzt? Hier, frisst das. Hier, frisst das. Schraubenzieher. Das ist schon nicht schlecht. Schraubenzieher. Kann man damit ein... Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Aber da liegt auch keine Munition, ne? Nein. Was ist das für ein Geräusch? Eine Spritze? Eine Spritze? Brauche ich die? Nicht wirklich, ne? Lass ich einfach mal liegen. Zack. Ressourcen. Ähm. Ach. Was? Sichtkont... Oh, oh. Das klingt nach einem großen Gegner. Kann das? Wo schießt denn der? Gegen wen schießt denn der? Reißleine für ASE. Okay. Ne, geht noch. Hau dir einfach ab. Schissbuchs. Ach, sind nicht in den Kammern hier die... 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 einen Typen drin? Glaub schon, ne? Diese... Telepaten Außerirdischen da. Hau dir einfach ab, der Gegner. Unfassbar. Hä? Wo hole ich denn jetzt hin? Ähm. Da. Treppe. Die Treppe. Hallo, Leute. So. Ich könnte ein bisschen Magazine gebrauchen und so, ne? Wieso kann ich denn die Kiste hier nicht nehmen? da ist auch nichts drin. Ach, guck an. Da ist doch ein Magazin. Sehr gut. Sehr gut. Da oben. Wieso kann ich denn die Kiste nicht zu mir ziehen? Geht nicht. Hm. Ist auch nichts drin. So. Ups. Sorry. Keine Magazine hier. Das ist nicht traurig. Arena wird geschlossen. Zustand Schatten wird initiiert. Okay. Das klingt nicht gut. So. Hier müsste irgendwo der Gegner von eben sein, ne? Boah. Shit. Die sind gestorben. Verdammt. Der ist schon krass, der Typ. Ah, zum Glück kann man immer wieder den letzten Ladepunkt nutzen. Wow. Ich hab ihn erwischt, aber der mich auch. Junge. Heidewitzka. 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 Der hat mich aber ordentlich erwischt. Jetzt hätte ich nichts gegen eine zusätzliche Spritze. Hier liegt bestimmt einer rum bei dem ganzen Kram irgendwo. und ich übersehe die bestimmt. Und ich übersehe die bestimmt. Mhm. Keine Spritze, soweit ich sehe. Hier. Hier. Sind das Schubladen? Ne. Kann man nicht aufmachen. Okay. Okay. Wie mein, diese ekligen Geräusche hier. Nix. 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 Ich finde jetzt echt eine Spritze gebrochen. Oder so ein Automat mit einem Wurm. Würde ich auch nehmen. Hallo. Hä? Konnte ich da durch die Tür gehen? Oder war die zu? Dummdi 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 dumm. Hey, Kollege. Deine Waffe hätte ich gern. Die ist extrem krass. Okay. Hier ist wieder eine Treppe. Hey. So. Okay. Okay. There's no direct path from where you are to the vault. So you're gonna have to stake your way there. Well, it's huge, so it shouldn't be hard to know which way I'm going. I don't understand what they're doing with it here. If this weapon is so powerful, why keep it locked up in a dump like this? My guess is they're trying to find a way to ship it off Earth. Back to their home. Or some other planet. Why not use it here? They already won this war, Alex. Okay. Also ich muss jetzt hier irgendwelche Schleichwege gehen, weil es keinen direkten Weg gibt. Da ist schon wieder so ein Vielfraß. Ich brauche irgendwas, um das Vieh abzulenken. Hier. Bitteschön. So. Die brauche ich, glaube ich. Sind nämlich noch mehr so Viecher. Hier muss ich runter, ne? Aber nicht hier, sondern da. Okay. Theoretisch. Hier. Trink der ein Bier. Und tun jetzt so eine Dose runter. Zack. Bis wohin gehen die? Doch, bis hier unten. Bis ganz unten. Junge. Krass. So. Hier in dem Schrank ist ja bestimmt was drin, oder? Ich muss echt aufpassen, weil er mich eben so hart getroffen hat, bin ich fast tot. Ähm. Hier. Wo ist das? So. Mal gucken was hier so drin ist. So. Also ich muss jetzt den... Einfach hier hin. So. Na, komm schon. Und den jetzt hier hin. So. Schon erledigt, das Ding hier. Ach, da oben ist was. Eine Spritze. Ich hab schon gedacht, das Ding wird leer. Na ja. Ich hab mehr erwartet, ne? Hier, friss das. Ach, verdammt. Ich hab nicht in die... ...geguckt. Komm runter. Hä? Kommt der nicht mehr runter? Okay. Ressourcen. Sonst nix, ne? Ist hier noch was? Nee, leider nicht. Okay. 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 Die sind schon alle tot hier. Hallo. Ekelhaft. Einfach mal so eine Patrone mitten auf dem Boden. Nehmen wir mit. So, gucken, ob hier hinten noch was ist. Ja. Ein Magazin. Sehr schön. Clear. Nee, sonst fliegt hier jetzt nix. Okay. Kann man hier auch hoch? Nee. Hallo. Bist du tot? Bist du tot? Meine Güte, das Vieh war nicht tot. So, noch jemand da? Ja, da ist noch einer. Aber da unten. Okay. Dich beschmeiß ich mit einer Zange. Komm her, du. Hat nicht funktioniert. Oh, Alter. Hat der mich mit dem Hammer beworfen. Krasser Typ. Alter. Das ist neu, oder? Da habe ich mich schon wieder erschrocken. Was ist denn los? Das haben die bis jetzt noch nicht gemacht. Meine ich zumindestens. Nicht, dass ich mich erinnern würde. Krasse Typen. Oh, nee, 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 nee. Nicht so Viecher. Ich hasse diese großen Viecher. Ekelhaft. Die haben auch noch so Haare an den Beinen. Oh, schon fast leer hier, das Ding. So. Vorschausart. So. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Wo muss ich denn hin? Überhaupt. Einfach da runter, oder was? Ach, die Bretter kann ich nicht abziehen. Okay. Hm. Vielleicht hätte ich auf die Sandsäcke springen müssen. Oh. Ey, wieso erschrecke ich mich denn heute so? Mann, 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 Mann. Bisschen Munition wäre geil. Oh, schon wieder einer. Vor allem so ein krasser. Ähm. Wie kriege ich den denn nochmal? Nur mit der hier, ne? Kein Magazin mehr. Na, geil. Ich habe kein Magazin mehr. Verdammte Scheiße. Gefällt mir überhaupt nicht. Hier muss doch jetzt langsam mal ein oder zwei Magazine rumliegen, oder? Kann doch nicht sein. Aha. Na gut, eins ist immer noch ein bisschen wenig, ne? Also, das muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. So, vier, fünf wären jetzt eigentlich ganz angebracht, würde ich sagen. So. Also, ich vermute, ich muss da auf die Sandzecke springen. Ähm, von wo war das? Nochmal von da hinten. Genau so. Tada. Hallo. Hallo. Oh Gott. Sieht nicht schön aus. Einfach mal so ein Hammer im Ohr. Aber der hat ein Magazin. Das nicht. Natürlich gerne. Ja, aber viel ist das nicht, was ich jetzt an Magazinen hab, ne? Ich frage mich ja, wann dieser ominöse Jeff kommt, wovon alle früher immer geredet haben. Oh, Magazin. Nice. Irgendwo soll ja hier so ein krasser Gegner sein. Oder vielleicht kommt der auch auf Easy gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob ich Easy hab oder ob ich auf Normal stehen hab. Ich hab keine Ahnung. So. Da ist eine Tür mit Schloss. Die kann ich theoretisch aufschießen. Hä? Hallo. Zumindest ist hier so ein bisschen Tageslicht. Oh oh. Da ist ein Gegner. Hallo, Kollege. Hallo. Hallo. Der sieht mich gar nicht. Jetzt. Noch einer. Zwei sogar. Tod. Tod. Leer. So. Der eine hatte auf jeden Fall hier die Spritze, genau. Hä? Da ist doch noch was drin. Nur ein bisschen. Zumindest. Schade. So. Da oben liegt was. Ressourcen. Krieg ich aber nicht gepackt. Warum nicht? Hallo? Nein. Geht nicht. Ähm. So. Ich muss hier wahrscheinlich hoch. Würde ich sagen. Ziemlich sicher. Dam, 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 dam. So, jetzt mal hier ein bisschen umgucken. Nein. Verdammt. So, jetzt aber. Zack. Und jetzt? Muss ich hier runter und raus? Moment. Da ist noch was. Nein. Wo ist es hin? Ich hab's verloren. Verdammt. Ja, aber der kann doch nicht weg sein. Ein... Oh, verdammt. Oh, Batterie gleich leer. Ich steck mal das Ladekabel dran. So. Jetzt muss ich schon wieder da hochklettern. Ah. So. So. Schaui. So, und jetzt muss ich hier anscheinend raus. Würde ich. Gefällt mir. Endlich wieder Sonnenlicht. Oh, oh, kein Sicht... Nee, kein Sicht, keine Flucht möglich. Oh, oh, da ist einer. Da ist einer. Er hat mich gesehen. Oh, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Die krieg ich. Die krieg ich. Oh, shit. Oh, shit. Das ist ein großer. Shit. Ist der abgehauen? Oder hab ich ihn erwischt? Ich glaub, der ist abgehauen nun, ne? Jetzt hab ich ihn erwischt. Sehr schön. Ja, wieder jede Menge Munition verballert. Aber anscheinend krieg ich... Wo ist es denn da? Ein bisschen neue Munition anscheinend. Ach, Granate. Granate brauche ich eigentlich nicht. Granaten sind nicht so meins. Die haben alle Granaten dabei. Eine Spritze. Eine Spritze ist auch gut. Volle Energie. Sehr schön. Aber ein bisschen mehr Munition wäre echt angebracht. Come on. Oh, shit. Oh, shit. Verdammt. Ich hab keine Munition mehr. Ernsthaft? Wie soll ich denn das schaffen? Ich bin gleich wieder tot. Ach, komm her. Oh, ist das nicht dein Ernst? Hier geht's, oder? Oh, shit. Verdammt. Den hab ich erwischt. Den hab ich erwischt. Aber ich hab keine Munition... Ich hab nur noch die Shotgun so ein bisschen, weißt du? Das ist nicht gut. Hat der irgendwie Munition dabei? Nee. Scheiße. Oh, hier. Hier, Junge. Hier ist Munition. Und ein Magazin. Come on. Das ist doch... ein bisschen wenig, oder? Also, ganz ehrlich. Soll ich denn mit einem Magazin? Das hab ich doch in zwei Sekunden verschossen. Ach, da ist noch eine. Ach, da ist noch eine. Nur ne Granate drin? Ach, come on. Ach, Shotgun-Munition. Ich glaub, ich versuchte, hat man mit ne Granate. Oh, komm. Ah, shit. Und ich hab noch nicht mal getroffen, ja? Ich bin fast tot schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ah, das gibt es nicht. Ich kann nicht werfen. Ich kann nicht werfen. So, wie mach' ich das jetzt? Oh. Ich warte, bis der leer sagt. Ich hab' ihn erwischt. So. Jawoll. Hab' ihn erwischt. Hat er auch keine Munition? Der hat auch keine Munition dabei? Das ist doch nicht normal. Was ist denn das hier? Sieht doch aus wie so ein Magazin, oder nicht? Ja, genau. Wieso hat er das nicht anvisiert? Muss ich mir jetzt alle, die ganzen Leichen nochmal angucken? Nochmal alle angucken, oder was? Ah, ich kann ihn nicht umdrehen. Geht nicht. Aber ich glaube, der hat auch keins. Der hat auch keins dabei. Granate nehm' ich mal mit. Wobei, ich kann ja eh nicht werfen, also von daher... Eigentlich kann ich die Granaten nicht wirklich gebrauchen. So, ich muss hier jetzt nochmal wirklich alles abs... Nicht, dass ich hier noch irgendwo was übersehen hab' an Munition. Ja, es ruckelt schon so'n bisschen, ne? Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sehen wird. Aber so'n bisschen... ruckelt's schon. Und ich bin mir relativ sicher, das war vorher nicht. Hm, lecker. Aber hätte sein können, dass da auch ein Magazin drin ist, oder so. So. Also hier... Oh, Moment. Hier könnte noch was sein. Hier könnte noch was sein. Ich hätte aber lieber ein Magazin, oder Shotgun-Munition, oder irgendwas. Guckt euch das an. So gut wie keine Munition mehr. Ach, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Moment, hier könnte auch was drin sein. Na. Ne. Ist nix drin. Da ist nix drin. Echt ein bisschen spärlich mit dem... mit den Magazinen, hier. Dieses... diese scheiß Ressourcen, die Krisse. Wie Sand am Meer, ne? Habe ich jetzt schon wieder 16. Aber... Munition? Eher selten hier, ne? Schade, schade. Ich könnte nämlich welche gebrauchen. Der hängt hier in der Mülltonne ab. Kriege ich schon raus? Ne, ne? Ne. Ne. Oh, guck mal an. Die Kiste hier. Ein Magazin. Und eins für die Combine-Waffe. Nice. So. War ich da gerade? Ne, ne? Oder? Ne. Ne, da war ich nicht. Ja. Ich würde sagen... Waren jetzt fast 40 Minuten. Das reicht mal wieder für den Part, würde ich sagen. Also, ich kann es so spielen im Moment. Ich beobachte es jetzt erstmal weiter mit dem Ruckeln und so weiter. Wenn es natürlich jetzt schlimmer wird, oder in anderen Spielen auch, dann muss ich da nochmal rumdoktern am PC. Irgendwie den alten Treiber nochmal installieren oder so. Mal sehen. Mal sehen. Im Moment ist es spielbar und ja, sieht wie immer fantastisch aus. So. Oh, ich muss definitiv Energie suchen beim nächsten Mal. Ich bin schon wieder fast tot. Oder immer noch. Ja. Jetzt bin ich aber erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.